Ich hab da mal ne Frage. Was machst denn du am Sonntag? Äh, warte. Sonntag. Auswärtsspiel gegen... Jena um 14 Uhr. Sonntag, 14 Uhr. Perfekt. Brauchst du Karten? Kann ich besorgen, wenn du willst. Äh, nee. Nee, nee, nee. Lass mal. Und du spielst auf jeden Fall. Und hast absolut keine Zeit für was anderes. Nö, ich muss da Tore schießen. Ja, klar. Eben. Also bis dann und viel Erfolg.